Die letzte Generation hat ihre Klimaproteste Freitagfrüh mit einer Blockade der Wiener Westeinfahrt fortgesetzt. Aktivisten klebten sich in der Wien-Talstraße und in der rechten Windseile auf Höhe der Sezession auf der Fahrbahn fest. Unter anderem forderten sie die Regierung auf, ein neues Klimaschutzgesetz zu beschließen. Außerdem forderten sie einmal mehr ein Verbot neuer Öl- und Gasbohrungen sowie Tempo 100 auf Autobahnen. Laut ÖAMTC entstanden wie üblich Staus. Die Protestaktionen der Klimaaktivisten sorgte für Ärger und Chaos im Wiener Frühverkehr. Ein Wutautofahrer zerrte einen der Aktivisten sogar persönlich von der Straße.